Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video, nämlich hatte ihr heute wieder einen neuen Ligaspiel herausgebracht, nämlich aus der Premier League. Und nicht vergessen, Leute, gerne noch ein Like und ein Abo dalassen, ein kleiner Klick, weiter geht's mit dem Video. Ganz schnell und easy erklären, beginnen wir direkt mit Trickreich. Dort müsst ihr in 6 separaten Partien, das heißt wieder einzelne Partien, ein Tor mit einem angeschnittenen Schuss machen, das heißt mit dem R1 Schuss, ganz easy, 6 Stück. Dann müsst ihr in 4 separaten Spielen wieder Tore per Flanke vorbereiten, das heißt mit Viereck, Flanken ganz easy, egal welchen Spieler und genau. 20 Tore müsst ihr vorbereiten, das ist eigentlich easy, einfach Vorlagen machen und 30 Tore schießen und am Ende müsst ihr 15 Partien gewinnen. So, wir schauen uns jetzt noch kurz an, was wir genau brauchen beim Manager Meister Stück. Nämlich brauchen wir eine Team-Gesamtbewertung von maximal 77, es dürfen keine Bronzespieler und maximal nur 3 Silberspieler drin sein. Das heißt, Leute, ich würde euch raten mit einem ganzen Premier League Team reinzugehen. Und das war's eigentlich schon, dann habt ihr Hektor Ballerin abgeschlossen, es sieht auf jeden Fall mega geil aus, das Gameface ist auch eines der besten, die ich jemals gesehen habe. Und das war's eigentlich auch, ich hoffe es hat euch gefallen, nicht vergessen, Like und Abo dalassen, haut rein Leute.